Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz der Hansestadt Wismar ist seit dem 21. November geöffnet. Er läuft noch bis zum 22. Dezember. Offiziell wird er dann erst am 26. November am Samstag um 14 Uhr vom Weihnachtsmann höchstpersönlich eröffnet. Die Wismarer und die Gäste der Hansestadt können sich hier wunderbar auf die Festtage einstimmen. Bei Glühwein, heißer Schokolade und vielen weiteren weihnachtlichen Köstlichkeiten kann man hier die besinnlichste Zeit des Jahres genießen. Außerdem erwartet den Besucher ein breites Angebot an Weihnachtsschmuck und weiteren weihnachtlichen Dingen.